Hallo, mein Name ist Jens Schäfer und mal ehrlich, in der Welt der Immobilien gibt es so viele Begriffe, mit denen viele am Anfang nichts anfangen können. Und deshalb beginnen wir heute mit Schäfers Immobilienlexikon. V. V wie Vormerkung. Eine Vormerkung, eigentlich Auflassungsvormerkung, ist ein Schutz zugunsten des Käufers. Wenn Käufer und Verkäufer beim Notar sitzen, wo der Kaufvertrag geschlossen wird, vergeht meistens noch einige Zeit, bis der endgültige Eigentumsübergang im Grundbuch vermerkt ist. Um eben diese Zeit zu überbrücken, wird eine Vormerkung eingetragen, in dem der Käufer geschützt wird, dass z.B. der Verkäufer das Haus nicht ein zweites Mal verkaufen kann, keine weiteren Grundschulden oder ähnliche Rechte und Belastungen, die zum Nachteil des Käufers werden, eintragen kann. Übrigens, das Wort Auflassung kommt von früher. Hier hat man beim Verkauf, wenn man das Haus verlassen hat als Verkäufer, die Türen und Fenster aufgelassen, damit jeder sehen konnte, dass das Haus leer ist und der neue Eigentümer konnte einziehen. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, rufen Sie mich an 07262 610 33 33. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020